Wumms, 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 Müll, ja komm, rein rein in die Bude, der Müll, der kann aber nur getrost weg bleiben. Äh, bis wann? Okay. So, gehen wir ins Bett, neben den Kalender. Was? Müll gab null im Fischen, aber ich war sauer. Müll gibt nix. Bin aber auch fies. Speichert, danke sehr. Das war unfreundlich, dass das nicht... 1.000 hat es mehr gegeben. Oh, guck mal, guck mal an, guck mal an. Oh, der Rest muss man jetzt hier noch elm manuell gießen, ne? Da komme ich drum rum und die sind auch fähig. Oh, ich hasse mein Leben. Döpfelchen, die können wir ja abgeben, ne? Die können wir sogar im Gemeinschaftszentrum da irgendwo einwerfen. Ne, ich glaub, äh, ich glaub, äh, logisch, wir haben Frühling. Ich glaub, ja, die... der Knobler ist auch fertig. Haben die die gleiche... äh, 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 nein. Die haben wahrscheinlich die gleiche Zeit, ne? Das wird wieder lustig. Oh je, oh je, aah. Die Dame will das immer essen, ne? So, ab die Post. Der Rest ist noch nicht fällig, yo. So, wir haben genügend, aber wir müssen, wir müssen... Samenproduktion, ne? Die darf nicht zu mal liegen kommen, ansonsten sind wir echt hart dran, wir sind so doof dran. Ich weiß nicht, wie lange die haben. Okay, ja, ja, das geht ja noch. Wir haben über eine Woche. Oder? Ja, 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 das geht in zehn Tage. So, der Herr Knoblauch. Wauw. Die helft, wauw. Ja, ja, das reicht ja schon. Dann können wir ja... der Rest verkaufen. Ich glaube schon, ne? Ja. Grundsätzlich haben wir recht. Den Rest können wir verkaufen. Das ist eigentlich auch schön, ne? Dass wir Dinge so verkaufen können. Einfach so. Wir machen Profite. Dauert hat ein Jahre, aber hey. Es kommt, es kommt. Und, äh, was wollt man kaufen für... Keine Hüge, haben wir ja schon. Ähm... Fischteil ist ja auch interessant, ne? Dass sie so dann irgendwie handhaben. Einen zweiten Küchener kann man auch noch reinballern, aber... Wir haben ja eh zu wenig Rezepte, ne? Wir müssten wahrscheinlich eh unter die Leute kommen, um Rezepte zu farmen. Das wäre eher gesagt ein bisschen doof. Ah, weg damit. Sind die immer noch sauer? Ich glaube ja, ne? Ähm, Herzen. Müssen wir da jeden Tag, äh, die Dinge haben. Beziehungsweise, oh, danke sehr. So, nacheinander. Also, die auffordernden Tage auch noch absolvieren, damit wir dann alles irgendwie on point haben. Wenn wir fünf Herzen haben, dann wissen wir ja eh ganz, ganz, ganz kacke hier mit den Hühnern. Das ist jetzt schon so scheiße. Aber hey, immerhin haben wir was. Hühner, Ahoi. Bohnen, ich wollte Bohnen angucken. Willkommen, willkommen. Na, passt nichts. Nächstes Jahr dann, tschüssi. Zehn Tage, nice. Leider dort ist doof. Vorbei. Sondern ab in den wunderschönen Ort des Tages. Ja gut, wo der Herr... Äh, ich glaube... Das ist jetzt hier oben. Jupp. Handwerker. Oh, Stoff... Stoff ist ein Handwerksding. Okay. Dann haben wir eigentlich auch noch nichts. So, hier ist natürlich Wasser, ne? Stimmt, haben wir hier unsere Fische irgendwo? Nachtfische. Ja, wie kriegen wir die? Wir müssen ja schlafen an einer Nacht. Teichfische. Thunfisch. Sardine. Da haben wir bestimmt schon alle gefangen. Oh. Spezialitätsfische. Die noch nicht. Okay. Fische, da sind wir ja glaube ich nicht so gut drin. Aber hier... Das können wir auf jeden Fall besorgen. Ich glaube, die alle auch. Und das auf jeden Fall. Oh, ne? Oh, je. Solar Essence. Und, ähm... Dieses, äh... Geringe Bumse. Ja. Wo haben wir noch? Ah, guck mal. Die Nase hier. Du-du-dum. Du-du-dum. Du-du-du-du-dum. Du-du-du-dum. Guck mal, holen wir das gleich, ne? Wenn wir E-Zeit haben. Ich glaube, da der war es noch. Nö, dann war es das hier. Entschuldigung. Oder von den Dingen an hier. Wie viel denn? Wie viel denn? Speisekomma, Handwerksraum. Ach, ne. Quarz. Ah, doch. Das geht. Aber Quarz. Quarz. Normal Quarz. Nee. Ich hätte ein bisschen von denen hier. Hm. Sind gar Quarz hier rumstehen? Nee. Eine gefrorene Träne. Und Quarz darf man auch hier bestimmt irgendwo umliegen. So. Den haben wir. Den haben wir. Das und das haben wir. Hier können wir jetzt mal aussuchen. Haben wir auch dabei. Den auch. Den Heizraum haben wir. Mal gucken was passiert. Wenn wir den Heizraum haben. Keine Ahnung. Irgendwas passiert. Ob wir irgendwie eine Schriftrolle oder sowas. Ähnliches finden. Ich bin gespannt. Wir haben zwei mitgenommen. Egal. Kommt immer gut gebrauchen. Wups. Rein an die Bude. Mitgehen lassen. Dass alles auf der Straße rumliegt. So geht es schneller. Und hoch in den Heizungskeller. Danke sehr. Wird bestimmt nichts passieren. Weil das Heizungskeller ist. Immerhin haben wir eine Runde. Vielleicht ist dann der Raum selbst hier. Der Heide. Und das kann geheizt werden. Ich weiß es nicht. So. 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 Bündel komplett. Wow. Schmelzofen. Weiteren. Cool. Der hier. Dann das hier. So hier. Okay. Nur eins. Cool. Nochmal komplett. Tutti. Tutti. Okay. Auch die Gehode ist nicht so spannend. Wir sind die Junmoth-Hüte des Waldes. Oh. Okay. Der Raum ist geclean. So gesehen. Der funktioniert wieder. Könnte ich halt die Kohle klauen. Okay. Wir wissen es um. So gesehen. Doof gesagt. Raum für Raum durchgehen. Damit er erneuert wird. Tresor. Ohne Witz. Schokoladen. Dort. Sieht aus wie ein Scheißhaufen. Qualitätsdünger. 10.000 und 25.000. 20.000. Ah. Junge. Hm. Spiegelei. Jo. Rein damit. Hm. 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 Äh. Äh. Herbematerial. Woher kann ich noch den Stoff her? Ach. Die vorne Geodik. Schon wie hinten was. Verzauberer. Oder. Woher. Woher. Hallo. Die laufen nicht weg. Oh mein Gott. Die verfolgen uns. Laufen die hier auch noch weg? Jo. Die laufen weg. Okay. Alles klar. Was ist denn da ankommen noch? Können wir das Ding noch ausarbeiten? Ja. Woher. 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 Woher.